Sandro Zappella, 3-2-2-Sieg gegen die Bielandjets. Ist das ein glücklicher Sieg? Ja, auf jeden Fall. Es ist sicher nicht das Spiel, das wir zeigen wollten. Nachdem wir gestern die GEC doch ziemlich souverän 5-1 gewonnen haben, wollten wir dort weiterziehen. Das ist uns über weite Strecken gar nicht gelungen. Am Schluss sind wir wirklich froh, dass wir diese drei Punkte haben und abhacken. Noch ein Wort zu deiner eigenen Leistung. Du hast offensiv zwei Gäste geschossen und auch defensiv. Du hast sie sehr kampfstark gezeigt. Einerseits eine gute Leistung. Wie beurteilst du sie? Ja, sicher bin ich froh, dass sie zwei Gäste machen können. Bis jetzt ist sie noch nicht so gelaufen. Und auch die Gäste, die keine schöne Gäste sind eingewürgt. Aber schlussendlich ist es egal, wer sie dann macht. Und ja, wenn es halt spielerisch nicht läuft, man muss halt die Kämpferisch erzwingen. Und das haben wir heute gezeigt. Und wer sie dann schlussendlich macht, kommt eigentlich nicht zu darauf an. Das ist mir eigentlich auch gleich. Du hast angesprochen, gestern ein souveränes Spiel gegen die GEC. Heute auch ein sehr starkes Spiel. Darf man so sagen. Sie haben ein paar X-Spieler von Sable Dancers. Was ist noch möglich mit den Chargers? Der Start ist mir sicher gelungen mit den vier Spielen, die wir alle gewonnen haben. In zwei Wochen haben wir in Emen gegen Emen. Und da muss sicher wieder eine bessere Leistung an als heute, weil sonst haben wir davon aber nichts verloren. Gut, danke vielmals und weiterhin viel Erfolg. Ja, merci. Merci, ja.